Hallo und herzlich Willkommen zu meiner LP Let's Play and Harry Potter What's Mystery. Und ja, wir sind jetzt in der letzten Phase, wo wir Hagrid treffen. Wir müssen uns nämlich wieder mit der Teufelsschlinge anlegen. Und bevor es soweit ist, werde ich natürlich ordentlich Energiepunkte einholen, weil man weiß nie, sag ich nur. Man weiß nie. So, dann. So, dann wollen wir mal den guten Hagrid treffen. Und... Dann, let's go! Hagrid, was ist los? Du willst, dass ich den Feuerspucktrank trinke und auf die Teufelsschlinge Feuerspucke? Ich habe den Feuerspucktrank mal verwendet und fast meine Hütte abgebrannt. Ich denke, du kannst das viel besser. Aber warum? Ich wollte es dir nicht sagen, weil es so peinlich ist, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Ich habe da drin meinen Welpen verloren. What? Dein Hund ist in der Teufelsschlinge? Ich glaube, er versteckt sich dahinter. Ich habe ihn beruhigt, indem du... Dem wie Schlaflieder gesammelt. Deswegen solltest du die Zutaten sammeln und einen Zaubertrank für mich brauchen. Kann ich nicht Lumos verwenden? Nein! Die Pflanze würde sich durch das Licht nur weiter zurückziehen und ihn noch tiefer vergraben. Bitte, Mace. Er ist nur ein Welpe. Bitte. Wie verbrenne ich die Teufelsschlinge, ohne deinen Hund zu verletzen? Sehr, sehr vorsichtig. Das ist genug Platz für uns beide. Also, warte ich hier auf dich. Okay, da ist kein Platz für dich. Gut. Äh, hallo? Bist du hier? Hagrids Hund? Es wäre hilfreich, seinen Namen zu kennen. Naja, ich höre es bellen. Alles klar. Ich höre dich. Keine Angst, Junge. Ich hole dich da raus. Oh, 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 oh. Ich wusste es. Ich wusste es. Ja, toll. Wow! Wow! O-M-G. W-T-F. Was geht hier ab? Boah, geil. Hey, 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 hey. Na, klasse. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und damit wär's das ja auch. Weil meine Energiepunkte wieder weg ist. Ja, das war mal wieder ein kurzer Part. Aber, hey, Leute. Hey, Leute. Hey, Leute. Es geht gleich natürlich weiter. Sobald wieder die Energieleiste hoch ist. Dann retten wir Hagrids Welpen. Und... helfen. Ja, was wir noch so tun haben, ist, ähm... Ja, guck ich mal. Also, Bill besuchen, Krankenflügel, schneller Wechsel können wir lernen. Äh, dann, ähm, ja, Schlafwanden erforschen. Das ist das Letzte. Jo, dann geht's endlich. Jo, und ich hab dann nicht mehr lange. Das heißt... Diese Woche werde ich es auf jeden Fall für euch schaffen. Ähm, ja. Das war halt ja durchzukriegen. Yay. Ich versuche gerade, äh, nochmal den Part 53 hochzuladen. Wenn's nicht klappt, äh, werde ich euch natürlich, ähm, in meinen Infos da Bescheid geben. Also, ja. Nein, warte mal. Also, nee, 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 nee. Das mit dem Part das Problem ist, äh, wenn ich euch das erzähle, dann erfahrt ihr es erst sehr, sehr spät. Deswegen, ähm, ja. Ansonsten, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis bald. Euer CellaMaze24.7 Daumen hoch, abonnieren. Alles klar. Ciao.